ja willkommen zurück zu das läuft doch guck mal mal schon gestartet ja klar habe ich schon gestartet ja willkommen zurück zu selastophers wieder mit dabei ist mein kollege ja wer auch sonst ja der ist immer noch hier wir nehmen immer noch auf ja und wir machen natürlich weiter ganz gediegen und gechillt nachdem wir was leckeres gemampft haben einen schönen schinken nudel auflauf allemal und dann sind wir jetzt satt wohl genährt wohl getränkt wenn irgendwann nichts passiert oder so eingeschlafen ja genau sagt wie ein säugling und jetzt machen wir weiter wir waren in der u-bahnstation bei clicker und co guckt er das hässliche vieh an muss müssen schon wieder ein bisschen lauter reden sonst muss ich näher mit dem mikro ranrutschen das war ja schon wieder let's fail ja gut was war denn das jetzt gerade von hinten greifen obwohl ein clicker neben dir stand ja ich habe so überlegt was ich mache und der clicker messer jetzt kannst du glaube ich auch den ganz gemütlich umlegen der sich gerade eine portion miet gönnt kann man eigentlich einen clicker erwürgen ich glaube nicht oder was liegt denn da clicker ach so den grad von umgedeckt und hier ist noch ein messer drin und warum schlägst du zu weiß ich nicht ja wir sind noch leicht verpeilt durchs essen ja bestimmt ja genau mit der lampe ja die clicker sehen nichts mehr ja aber die runner ja hier sind zwei runner drinnen und einen haben wir gekillt ja aber da bleibt hier noch einer übrig warte mal warte mal warte mal das gefällt mir gar nicht das da ist der runner gewesen gibt es hier was schönes ja ich glaube ich muss hier in die schublade vom links da rein gucken und dann boah ist das laut alter und dann haben wir vorne noch so ein safe ja das ist die notiz ah genau und ohne die nummern hier äh von der buchhaltung lasst uns seinen safe benutzen legt mein zeug rein wenn heute abend geschlossen wird 3 43 87 äh 7 8 da lag noch was ja ah und bei der keine munition davon verwendet hast vielleicht muss das leider liegen bleiben aber ne nachladen ne nachladen ey das ist Pistole nicht revoyver echt jetzt das ist Pistole nicht revoyver vielleicht kannst du die nachladen mal gucken ne voll man alter ey die sind voll am eskalieren ouah so laut ja der linke da ist der clicker und der rechteste roma kannst du die freunde umgehen man sieht richtig viel ich muss mich korrigieren 3 naja gut wie lange ist das her da kommt ihr her da kommt ihr her ne der tuckelt wieder zum glück rein scheiß mistviecher warte mal ein runner wird zum clicker und der clicker wird dann zum bloater oder vermute müssen ja nicht viel mehr blot da rumrennen ne weil es gibt durchaus leute die erstmal nicht die erste verwandlung mit machen und irgendwo gab es hier noch so ein save ne auf der anderen seite schätze ich mal auch von der seite kommst du nicht ran weil da ist versperrt wie bin ich denn jetzt wieder hergekommen ne von da vorne ne 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 trans ne 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 Da vorne ist ohne einer, das weiß ich. Da warst du schon drin? Naja, du musst durch die Mitte durch. Willst du denn? Ey, voll beklemmt die Hütte hier, ey. Ja. Ich hör nur noch einen. Es sind aber mindestens noch zwei. Und der Ene steht nämlich ganz, ganz ruhig da vorm Ausgang. Also mindestens eh ein Messer brauchen wir noch. Na, du hast noch glaube ich genug Klebeband um A2 zu machen. Da ist noch mehr. Auf der linken Seite aber noch mal drauf. Ja. So, wir haben jetzt wieder das Zeichen. Ja. Wenn du jetzt immer so machst, hörst du das klicken. Und dann... Da ist eine Dose, aber Leben bist du voll. Genau. Oh. Hallo. Ich will den nicht unbedingt umbringen. Dieser Scheikrad. Ja, im wahrsten Sinne. Ja, wenn du da hinten siehst... Das ist doch eh noch. Ja, ja. Nein, haben wir noch nicht. Nee, nee, das ist noch einer. Okay, ja, 3. Ich glaube, du kommst nicht drum herum, mindestens ihn umzulegen. Ja, und der trägt dort drum herum. Was mach ich denn? Nee, zurück. Nee, ich geh einfach hier rein. Weil sich von vorne im Clicker, der sich bewegt, äh, zu nähern, ist grundsätzlich mal... Scheißidee. Nee, zurück in den Laden rein, hätte ich gedacht, und dann auf der Seite warten. Genau. Ich glaube, hier drinnen. Da ist der Tresen. Da ist er noch einer. Ja, hier ist das so. Und der dritte Runner. Nee, er hat nicht schlägen lassen. Leider. Aber 50 Teile. Ja. Hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Achtung, da ist er noch, glaube ich, in der Nähe. Hast du. Diese Sequenz nicht noch mal ausspielen. Mein Schzappel ist nicht so viel rum, Alter. Was hast du jetzt eingesammelt? Eine Schere. Ah, hab ich gar nicht gesehen. Links ist auch noch was gewesen. Ah, Flasche, Blasche. Ah. Ah. Wow. Die Weiber machen so viel Lärm, ey. Ja. So, und jetzt hast du noch den... Aber wie tötest du den jetzt? Weil da direkt... Können sie einfach... Gucken von mir näher. Ach, der hat die falschen Richtungen geguckt. Nee, nee. Der hat schon in meine Richtung geguckt, aber der hat sowas ähnliches wie geschlafen. Ja, doch. Nee, die waren zu glückweit weg. Ja, ja, ich will schon. Oh nein. Hey, da schwimmt ein Entchen. Wir haben tatsächlich geschirrt. Was? Da ist gerade ein Entchen geschwommen. Hab ich gar nicht gesehen. Oh, das sah so aus mindestens. Irgendwas braunes. Das sind nur Scheiße. Na gut, stimmt. So. Wohin müssen wir, Tess? Nee, da noch nicht. Waren da nicht auch welche drinnen? Ja, drei. Drei waren da. Molli? Stimmt. Einfach mal ein bisschen Spaß machen. Siehst du die irgendwo? Ja. Oh. Ah.